Es ist dem Feind gelungen, die Front in weiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodl, Krebs und Burgdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner war ein Befehl! Wer schickt sie? Das hier ist Magen, sie meinen Befehl zu widersetzen! So weit ist das einfach gekommen. Der Minister hat mich verlogen! Jeder hat mich verlogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist nicht zweit als ein Haufen niederfrechtiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verblieben... Die Stadt Feiglinge, Verreiter, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist das Geschmacks des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademie zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält! Jahrelang hat das Militärvolle Aktionen nur verhindert! Es hat mich gegen nur ein festigen Widerstand in den Weg gelenkt! Ich hätte gut daran getan, um jahrelang alle Höroffiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein, allein auf Messer gestellt, den Zerrauber erobert! Verräter! Von allem Anfang an bin ich nur verraten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheurer Verrat geübt am deutschen Volke! Aber alle diese Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen! Sie werden das Saufen in ihrem eigenen Blut! Bitte, gerne! Jetzt beruhig dich doch! Meine Befehle sind in den Wind gesprochen! Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen! Es ist aus! Der Krieg ist verloren! Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen bei Ihnen verlasse, erfen Sie sich gewaltig! Eher jagge ich mir eine Kugel durch den Kopf! Tun Sie, was Sie wollen! Untertitelung des ZDF für heute in der Nähe